So, hallo an alle, zur nächsten Folge von League of Legends, immer auch zusammen mit dem Steffen, die Runden waren ganz geil, wieder im Aram. Moin. Moin. Er ist immer noch angehört von der letzten Runde, wer die letzte Runde nicht gesehen hat. Steve am Upragen. Kackt schon wieder, lol-client-up, was ist denn das für eine Rotze? Können die überhaupt was programmieren? Jetzt geht's los, Rage with Steve. Jetzt kurz so ein episches Intro. A-Line hat das Spiel verlassen. Meine Fresse, ey, nix können sie, nur Scheiße bauen, das sind sie richtig gut drin. So, ich muss mal kurz gucken, Twitch, welche Fähigkeiten? Ich weiß es nämlich schon wieder nicht. Achso, genau, unsichtbar machen, diese Ratte. Ähm. Okay, und Schaden damit auch unsichtbar. Voller Gift. Und das ist, ähm, auch Gift. Ausrasten, könntest du da, ausrasten. Nee, nur er hier, nur er hier. Boah, Dennis, er ist tot. Hä, was, wo? Achso, ja, 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 das passiert schon mal ab und zu mal. Tot! Boah, jetzt haben die eine Nidalee. Ich könnte kotzen, ey. Immer nur so kack Standard-Jams. Wie gesagt, ich finde da eine schlecht. Die ist übelst OP. Ja, klar, ist klar. Dem sein Blut hält acht Stunden an. Meine Fresse, kotzt mich dieses Spiel gerade wieder an, ey. Achso, von Darius, gell. Ja. Acht Stunden dieses Kack. Dieser Kack-Debuff, ey. Warum machen sie denn gleich Kriegseinblutungseffekt ab? Ist instant tot. Boah. Ich gehe echt gleich N-Rage, ey. Ja, Garen, ne? Typisch Garen. Vor allen Dingen, ich habe 100 Rüstung. 100 Rüstung. Die drehen mir ein Damage rein. Das ist abnormal. Woher? Und da ist nicht Nidalee oder sonst was mit einbezogen mit Magic-Damage. Das ist rein Rüstung-Damage. Woher? Ich skill mal bei Twitch-W zuerst. Keine Ahnung, das ist aber wohl, ob das Sinnvollste ist. Ja. Oder ist unsichtbar. Ne, ist schon sinnvoll. Pisser, ey. Geh mir doch frei, joh. Komm, der Rüst-Crab doch. Komm. Oh. Wolltest du ihn haben, oder? Ja, ja. Aber passt doch. Das Problem ist, ich spiele auch nie Twitch eigentlich. Nie. Ich glaube, ich habe den gar nicht. Ich habe ihn schon mal gespielt, aber eigentlich... Alter. Da habe ich ihn doch gekriegt. Eigentlich, eigentlich ganz easy. Ja, aber... Net so nahm Tower, hier. Hol dir. Ja, hol dir. Ja, ich habe Live-Stil. Ich könnte ein bisschen... Oh, Scheiße. Von wegen. Im Arsch. Ich bin zu spät reagiert. Okay, Miss Fortune hat natürlich auch gute Karten auf der Map. Komm, hat er das Ding kaputt, ey. Oh, Gott. Renn einfach, Dennis. Renn. Ja, ja. Geh auf den Dings. Was ist los, Darius? Hast du Angst, oder was, ne? Möse, du. Ich weiß, ich bin hier übrigens am Ragen und so, aber... Ist normal. Bei dir ist das immer normal. Ja. Leider. Komm, lauf dem Pilz rein. Ja, komm. Komm, Miss Fortune. Lauf rein. Ja, hau ihn weg, hau ihn weg, ey. Boah, ich klicke hier die ganze Zeit wild rum. Ich habe ja erhöhte Reichweite. Wegen Ulti habe ich nicht daran gedacht. Ja. Ich habe auch gleich wieder Ulti. Jump ich da rein. Oh, der Ammo kommt zuerst. Gut, jetzt hole ich mir Magie-Resi. Wenn sie alles so wollen, bitte. Nee, das wird nix. Also, das verlieren wir eindeutig. Warum? Das kann ich dir doch schon nach sieben Minuten sagen. Ist doch klar, wenn ein Team Dämon dominiert. Siehst du doch schon nach der ersten Sekte. Nö, ja, muss nix heißen. Wir haben einfach noch kein Equip. Wenn der Jeeb mal anständig spielen würde, würde er sich nicht Athen's Unholy Krayl holen, sondern Rabadons. Aber da merkst du gleich, dass er nicht spielen kann. Also kauft er sich natürlich nur Schrott. Ich hatte mal Ansichtssache, was man gerne hätte. Zack, so wird's gemacht. Wenn ich einfach keine Kills kriege. Kriegst du auch Supports? Das reicht doch. Oh, Jee, was machst du? Kann man rein, einfach nur. Den hat keiner. Boah, was macht der? Zack, kommt die Ulti. Noob Ulti. Noob Ulti. Komm, wo wolle er denn hin, ey? So, genau. Also, aufräumen bitte. Einmal. Komm schon. Aha. Treffen musst du schon lernen, Deiner. Kack, Crap. Oh, jetzt die eine Sekunde hätte er noch da bleiben können, oder? Mit was? Nee, um den Hibidor wegzuhauen. Ach so. Ach so. Er ist tot. Das Problem ist, sie sind alle Tanki, aber ich weiß nicht, wem man fokussen soll. Ein Nüderli und ein Thema. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ich bin extra stehen geblieben. Ich hätte jetzt irgendwie Bock, voll in den Busch reinzurennen, ey. Voll in den Busch rein. Aber ich lass es, weil der ist eh voll geschrood. Hol den noch. Ja, Mann. Komm, sterbe ich halt. Ohne, juckt mich auch nicht. Wenigstens haben die da unten schön alleine zu kämpfen gegen zwei. Jawohl, nice. Ja. Jetzt hat er noch einen Kill gekriegt. Hm? Nix, der hat gerade noch einen Kill gekriegt. Das war meiner. Wer hat noch einen Kill gekriegt? Der Yi. Ach so. Und Dingenson. Nein, die machen Tower-Daw. Nimm hier unten schnell das Heal. Nimm über den Heal. Egal, wenn du deathen kannst, gut. Hol dir den Heal. Warte mal kurz. Wo sind die überhaupt? Ach da. Komm, was rennt denn jetzt schon wieder? Weicheier. Wie so kleine Mädchen. Ja, knallt den auch noch weg. Der nehmt nur noch Temo. Ich krieg nur Assists. Haha. Ah so, jetzt aber hier. Oh verdammt. Hitten durch den Ding. Trotzdem sind Mom gewöhnt. Wey. Mal, mal am gewöhnt. Ja. Ja. Ein kleines Team, mit dem man es anfangen kann. Das war's. So ist das Fater aber auch eine nette Reichweite, finde ich. Ja, die Karten fliegen ziemlich weit, aber muss halt auch mit Treffen. Finde ich ein bisschen schwerer wie mit Nidalee. Da kammeln eh alle im Busch. Brauchst du gar nicht reingehen. Oh Gott. In dem Moment gehen sie alle rein. Ja, wie gesagt, ich mach im Moment nicht viel Schaden, das ist natürlich auch das Problem. Aber wir werden gerade zerflext. Mit der Ulti zieht sie da weg. Nein. Das war knapp. Komm, jetzt lass mich das Healding nehmen. Sehr schön. Oh, komm, was war denn das, Garen? Das war ja Selbstmord. Absicht. Ich hab's gemerkt, er wollte mich haben. Ha, 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 ha. Uhuhu. Betanley. Uhuhu. Geht auch nicht vorne weg. Ich hab mich dann überlegen, was ich mach. Oh, ich kann mir das Ding immer noch nicht leisten, ey. Gibt's doch gar nicht. Lauf einfach, lauf. Boah, lol. Aber wie sie dich noch erwischt hat. Aber wie? Jetzt hör auf den Gegner zu loben. Ich will auch Nidali zocken. Der rennt einfach rein, zack, weil er genau weiß. Ja genau, Amumu weg. Das ruckzuck, die anderen auch noch, die haben kaum gelb. Kommt her, ihr Weicheier. Der verfolgt einfach drei Stück. Drei auf einmal. Geht doch erst auf Garen. Der ist am nächsten dran. Du meinst da auf Darius. Äh, Darius, sorry. Ich dachte schon, Garen ist ja schon tot gewesen. Komm, bleib doch stehen, Darius. Ist dein Fuß, mein Freund? Ist da Angst oder was? Ich sowas liebe. Schön jagen kannst du, schön jagen. Ich war eben gerade echt ohne Scheiß. Drei auf einmal sind weg. Zu dritt hätten die vielleicht noch gekriegt sogar. Nee, sind nett. Na doch. Viel zu viel, viel zu wenig live. Trotzdem aber dafür dreifache Angriffswirke. Wie schnell die wieder respawnen, ey. Lauf. Oh, Dennis. Oh Gott. Oh, Dennis. Ich hab nicht damit gerechnet, dass sich alle auf einmal verpissen. Nix sei, kriegt mich nicht. Ich war nämlich ready to go eigentlich. Aber das Problem ist, die sind alle irgendwie tanky, ne? Amumu, Darius. Nö, die haben einfach nur ein bisschen life. Gut, Amumu und Garen sind tanky. Aber das war's eigentlich auch schon. Naja, Darius auch. Hat Magie Resil. Und was siebt sich Rüstung dank dem Granduin's um. Ich würd auch gern sterben. Dann könnte ich mir endlich mein Item kaufen. Aber nee, ich lass es lieber. Du kannst ja selbst Mut machen am Tower, wenn alle anderen z.B. gerade respawnen oder so. Bis auch, wo du langläufst, hier ist eh alles verschwurmt, ey. Ja, aber... Loooooooii! Ja, mann. Ja, mann. Ja, Twitch Power, das haut doch jetzt mal rein. Und tot. Ich mein's gewonnen. Ne, ich mein den, den Dings. So. Boah, boah, boah. Komm, holen die, holen die. Verfehlt, verfehlt. Ah, der hat mich geblendet, die Sau. Wir brauchen ein bisschen heal hier. Aber wir haben's fast. Die dürfen jetzt nämlich nur nicht durchpushen. Nein! Nein! Egal, jetzt krieg ich mir ein Item kaufen. Penner. Ah, endlich! Endlich! Geist, wir kaufen! So, und ich starte auch wieder. Ich laug durch, mitten durch den Pilz durch. Ja. Müssen wir noch üben hier. Hier holt ihr das. Ja, ich hab doch... Pass auf, das ist ne Falle, ne? Ich hab doch Livestil. Ich kann doch hier... Da war... Da war ne Falle. Ja. Nachher hab ich's auch gesehen. Boah ey. Ich konnt nix machen. Ich war sofort tot. Bin reingepusht worden. Eika, das wird eng. Quatsch. Das wird eng, mein Freund. Ja, Alter. Die ganze Pilze nutze, ey. Ja, die muss halt auf Drogen. Du brauchst halt Pilze. Dann schreibt da ein Not-EG-Sterben. Allein nix kann der Bob, alter. Muss auch Pilze nutzen, ey. Ich glaub, der hat kein Wort verstanden, aber auch egal. Ist mir auch egal, Kackbune, ey. Ich hab ich easy weggenatzt, im Himmel. Was hole ich mir? Boah. Diese Kaiser hier. Ich weiß nicht, was ich mir nachholen soll an Items. Die ich dringenden Bolzen sind aber echt nice. Weiß, was sie mit Twitch holen muss? Ähm. Warte. Kann sie gleich sagen. Ja. Woll dir mal das Sorg of Divine. Das was? Sorg of Divine. Kenn ich schon gar nicht. Also ich hab's auf Deutsch leider. Echt nicht? Nee, ich hab's auf Deutsch. Schwert der Heiligen. So. Ja, die Pilze. Das waren zu viele des Pilzen. Äh, der Pilze. Des Pilzentums, des pilzigen Pilztums. Gott, jetzt kommt wieder seine Homo-Ulti. Nee, Ignite. Buff. Nee. Scheiß Blutungseffekt. Das brauche ich nicht mehr. Was ist denn bitte ein Homo-Ulti? Kannst du das definieren? Eine Homo-Ulti? Ja. Eine Homo-Ulti? Äh, ja, wie soll ich das definieren? Äh, es gibt halt Homo-Ultis, die übelst Homo sind in dem Spiel. Darunter ist einfach Darius, weil es einfach nur eine Homo-Ulti ist. Ich kann... Ja, wie soll ich's erklären? Also, die die Darius hassen, die wissen, was eine Homo-Ulti ist. So kann ich das jetzt beschreiben. Glaub ich. Ah ja. Wie hielt er sich so schnell voll? Boah, diese Homo. Nee, du Penno. Oh, da muss er rennen. Da muss er rennen. Oh, wie süß. Kleine Temo muss rennen. Weißt du noch das Sloy-Game, wo ich Timo zum Platzen gebracht habe? Und Tim Woli? Ja. Das war lustig. Ich war einfach nur so, Timo's geplatzt. Einfach nur zerrissen. Ich glaube, es war Madino so gemeint hier. Timo's geplatzt oder was? Egal, gewonnen. Geht doch. Wunderbar. Eine Fresse. Schön. Das war auf miesen Gameplay. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Mal gucken, wo noch eine dranhängig, auf dem die los ist. Und dann würde ich sagen, schüssen.